Was damals geschehen ist, ist wirklich furchtbar. Ihr Bruder sitzt schon seit 28 Jahren im Gefängnis. Hört zu, ihr könnt mich nicht von der Unschuld meines Bruders überzeugen. Aber wir dürfen Fragen darüber stellen, was in dieser Nacht passiert ist. Erzähl mir von diesem Verein. Wir nennen ihn den Kill Club. Ehemalige Polizisten, Versicherungs- und Privatdetektive. Wir lösen Kriminalfälle. Das ist unsere Mission. Geh zu Ben. Bei ihm fängt alles an. Was redest du da? Libby, Ben ist unschuldig. Da kommt meine kleine Schwester nach all diesen Jahren. Los, stell mir die Frage. Das muss ich nicht. Du hast sie umgebracht. Nein, hab ich nicht. Warum bist du da nicht in Berufung gegangen? Wer hat sie getötet? Ein Rätsel mit vielen offenen Fragen. Satanismus. Komm schon, Baby! Ich bin nicht bereit dafür. Du hast gelogen. Und ich auch. Alle Menschen lügen. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit sagst. Du tust mir leid, kleines Mädchen. Du bist genauso gefangen, wie ich es bin. Ich hab dich lieb, Libby. Vergiss das bitte nie. Ich bin nicht engagement. Ich bin nicht bereit. Ich bringe dich. Herr Ratner.